In dieser Geschichte geht es nicht nur darum, sich selbst in die Wüste zu schicken, nach Saudi-Arabien. Es geht auch darum, was man mit seinem Leben anfängt. Monika Stab, 62, in Dietzenbach geboren, hat sich entschieden, ihr Leben dem Frauenfußball zu widmen. Momentan in einem Land, in dem das Fortkommen der Frauen lange Zeit von Männern abhängig war. Ein Dienstag im November. Monika Stab, die neue Nationaltrainerin, trifft die neuen Nationalspielerinnen. Und ein paar Männer sind auch noch da. Okay, hier ist Suleiman. Without him, I cannot survive. Es ist das erste Training einer Frauen-Nationalmannschaft von Saudi-Arabien. Ein historisches Ereignis. Doch hier mal ein Rasen, ne? Guck dir das an, wie ein Teppich, ne? Ja, ich will erst mal einfach, dass sie sich auch ein bisschen eingewöhnen mit Ballarbeit natürlich. Ich will jetzt nicht groß mit denen Taktik besprechen, weil da ist einfach die Zeit nicht dazu. Es ist das erste Mal, wo sie Großfeld spielen. Also ich will auf jeden Fall noch ein schönes Abschlussspiel machen und ein bisschen aufwärmen. Ein Torschuss gehört immer zu meinem Training, weil das ist der Sinn des Fußballs, ist Tore schießen. 25 Spielerinnen sind in Tryouts von Stab und ihrem Team ausgewählt worden. Mehr als 700 hatten sich beworben. Die Frauen kommen aus Riyadh, aus Jeddah und Dhamam. Sie sind zwischen 16 und 30 Jahre alt und haben alle denselben Traum. Monika Stab, die einst dem 1. FFC Frankfurt zu Glanz und Gloria verholfen hat, ist als Entwicklungshelferin nach Saudi-Arabien geholt worden. Let's move in the square. You done this before. Just moving in the square. Controlling the ball. Dort, wo die Frauen bis vor drei Jahren nur im verborgenen Fußball gespielt haben, weil es ihnen zumindest offiziell nicht erlaubt war. Von außen betrachtet sieht es aus wie ein ganz normales Fußballtraining. Nicht normal ist allerdings, dass wir uns als Männerteam mit der Kamera frei unter den Frauen bewegen dürfen und die die Übungen vergleichsweise unverhüllt absolvieren. Ich fühle nichts anderes als Stolz und absolutes Glück. Das ist etwas, von dem wir immer geträumt haben. Wir stehen jetzt im Rampenlicht und kommen immer mehr dahin, wo wir hinwollen. Wie hier auf einem professionellen Platz. Ich liebe Coach Monika. Sie ist aufgeregt. Sie will etwas machen, Dinge erreichen. Sie ist total leidenschaftlich, treibt uns immer an und möchte, dass wir bestmöglich vorbereitet sind. Sie ist wirklich einmalig. Und dank ihrer großen Erfahrung werden wir von ihr hoffentlich viel lernen. Ein Fußballstadion durften Frauen bis 2018 nicht betreten. Nicht als Zuschauerinnen, geschweige denn als Spielerinnen. Gekickt haben sie trotzdem auf Hinterhöfen und in Freizeitteams. Die spielen schon eine Weile. Es ist nicht so, dass du hier von Null anfängst. Du merkst schon, dass sie Spielpraxis, sie trainieren viel, dass sie das haben, Spielpraxis. Nur sie müssen es natürlich auf einem großen Feld umsetzen. Und wenn sie das mal haben und mit ihrem Einsatz, sie wollen gewinnen, die sind voll engagiert dabei, voller Leidenschaft. Und da denke ich, dass wir da ein ganz gutes Team zusammen bekommen. Das erste Länderspiel ist im kommenden Frühjahr geplant. Gegen die Malediven. Wir sind im Saudi-Arabischen Fußballverband. Hinter dessen gläserner Fassade man nun auch Frauen trifft. Well, good morning. Hey, Assalamualaikum. How are you? Wie Lamia Bahayan, Chefin der neu gegründeten Frauenabteilung. Das Königshaus gab 2019 grünes Licht und seitdem wird hier an der Infrastruktur gearbeitet. Insgesamt 35 Frauen im Verband, die sich einzig und allein um die Entwicklung des Frauenfußballs kümmern. Und die Aufbruchsstimmung ist mit Händen greifbar. Zwei Frauen kamen zu unserer ersten Sichtung, obwohl sie wussten, dass sie wegen ihres Alters niemals zur Nationalmannschaft gehören würden. Aber sie wollten diese Nummer auf ihrem Trikot haben. Als Teilnehmerin für die Frauennationalmannschaft in Saudi-Arabien. Das verstehe ich unter Brennen für eine Sache. Wir lieben den Fußball und alle Frauen um mich herum teilen dieses Gefühl. In den Vitrinen hinter ihr die Männer, die sich bereits für fünf Weltmeisterschaften qualifizieren konnten. Es gibt übrigens keinen Grund anzunehmen, dass nicht auch den saudischen Frauen Ähnliches gelingen könnte. Den Frauenfußball ins Leben zu rufen war nicht einfach, so wie in vielen anderen Ländern vor uns. Einige Kritiker werden sagen, dass wir damit zu spät begonnen haben. Aber es war nicht zu spät. Es war perfektes Timing. Für jeden Schritt gibt es eine Zeit. Man will nichts überstürzen und inzwischen sieht man, dass die Gesellschaft bereit ist. Das erzkonservative Königreich hat die Frauenrechte seit 2018 sukzessive gestärkt. Frauen dürfen Auto fahren, ohne die Erlaubnis eines männlichen Vormunds ins Ausland reisen und neuerdings alleine wohnen. Das war ihnen vorher untersagt. Die Reform ist Teil der Agenda von Kronprinz Mohammed bin Salman, die das Ziel hat, das ramponierte Image Saudi-Arabiens aufzupolieren. Inwiefern gab es in Ihrem Freundeskreis Stimmen, die gesagt haben, Monika, wie kannst du da hingehen? Die gab es zu Genüge, ja. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, seit zwei Monaten bin ich jetzt hier in Saudi-Arabien und fast täglich gebe ich Interviews. Für mich ist die politische Seite, wo ich mich auch grundsätzlich raushalte, weil für mich sind die Frauen wichtig, den Frauen alles zu geben, dass sie das Fußball spielen lernen, dass sie die Chance haben, die Gelegenheit bekommen, Fußball zu spielen und ihren Traum erfüllen. Und man muss hierher kommen, die Menschen kennenlernen und es ist nicht alles negativ, so wie es immer auch natürlich dargestellt ist. Und die Menschen sind einfach so freundlich und so fußballverrückt. Das muss man einfach erlebt haben, um dann auch darüber zu urteilen. Im Dezember 2020 ist Monika Stab das erste Mal in Riyadh, um einen Trainerinnenlehrgang zu leiten. Seit September diesen Jahres lebt sie dort und soll den Frauenfußball in Saudi-Arabien salonfähig machen. Wer wäre für diese Aufgabe besser geeignet? Stab lebt für den Fußball und für die Frauen, die ihn spielen wollen. 2002 feiert sie als Trainerin des ersten FFC Frankfurt den Gewinn des neu geschaffenen UEFA-Pokals. Insgesamt wird sie mit Frankfurt viermal deutscher Meister, fünfmal Pokalsieger. Es hat auch in Deutschland viel Kraft gekostet, die Frauen auf solche Bühnen wie in Berlin zu kriegen. 2007 beginnt für Stab ein neues Kapitel als Fußball-Entwicklungshelferin. Bis heute hat sie durch den Fußball in mehr als 80 Ländern, in Gambia, Afghanistan, Nordkorea, Iran, die Stellung und Rechte von Frauen gestärkt, voller Hingabe. 85 Länder in 14 Jahren, was bedeutet Heimat für Sie? Das ist eine gute Frage. Ich habe immer gesagt, der Flieger war ja vor Corona kam sozusagen mein Zuhause. Wenn immer ich Touchdown hatte mit dem Flieger, das war immer so, dann habe ich mich zu Hause gefühlt. Ich glaube, wenn man jemandem was gibt und die anderen, die einen lächeln, zurückgeben, das Smile, das gibt dir die Energie, also dann ist das auch Heimat, wenn jemand dir einfach dankbar ist für das und schätzt, was du machst. Und ich sage immer, ich gebe denen den Funken, das Feuer müssen sie selbst entfachen. Empfang in der deutschen Botschaft in Riyadh. Monika Stab und ihr neues Team sind eingeladen. Der Job in Saudi-Arabien ist für Stab eine Art Krönung ihrer Karriere, weil es ihr so lange verboten war, dorthin zu reisen. Als Botschafterin für Frauenfußball in Ländern mit repressiven Regierungen. Es ist eine sehr differenzierte Betrachtungsweise jetzt angesagt. Es passen nicht mehr die Schablonen, die vor drei Jahren passten. Alles vor dem Kontext, dass wir hier nach wie vor in einer absoluten Monarchie leben, dass wir in einem islamischen Staat leben, wo es natürliche Unterschiede, logische Unterschiede gibt zu dem Demokratieverständnis in Deutschland. Aber insgesamt muss man sagen, dass dieser Staat hier jetzt einen Reformprozess zulässt, der von der Gesellschaft dankend aufgenommen wird oder von weiten Teilen der Gesellschaft, das ist etwas sehr, sehr Positives. Wir sind an der Princess Noura University in Riyadh. 39.000 Studentinnen gibt es hier. Es ist die größte Frauenuniversität der Welt. Heute haben alle einen freien Tag. Nicht so Monika Stab. Die 62-Jährige, deren Energiereserven unerschöpflich zu sein scheinen, gibt einen C-Lizenzkurs für angehende Trainerinnen. Das Fußball-1x1 in Theorie und Praxis. 14 Tage lang bis zur Prüfung. Ich versuche jetzt die Frauen, das ist auch das Interesse des Fußballverbandes, ganz viele Frauen als Trainerinnen auszubilden, weil die brauchen sie, wenn sie so weiter in dem Tempo gehen, die Nachhaltigkeit, viele Frauentrainerinnen auszubilden, die dann später die Mannschaften übernehmen, die ja hoffentlich bald zu Genüge hier in Saudi-Arabien existieren werden. Dass sie nicht von heute auf morgen eine Revolution starten kann, dessen ist sich Monika Stab gewiss. Für sie geht es darum, ein Fundament und dann Stück für Stück mehr aufzubauen. Die Begeisterung für diese Aufgabe ist ihr anzusehen. Und das nicht nur, weil zufällig eine Kamera auf sie gerichtet ist. Als es dunkel wird über dem Uni-Gelände, kommen die Jüngsten. Der Nachwuchs fürs Nationalteam, sozusagen. Some trousers, some socks. Abir? Abir. Abir? Dima. Dima? Rena. Rena. And? Hannah. You, how old are you? Nine years old. Nine years old? And Dana, how old are you? Seven. So who wants to be national players? Hannah! Yeah! Yes! Was ihren Müttern zeitlebens untersagt war, können die Töchter jetzt leben. It was a dream come true now. I used to play football and it was very hard. Ein Traum wird wahr. Ich habe früher auch Fußball gespielt und es war sehr hart für uns, sehr strikt. Und nun sehe ich, wie meine Tochter vielleicht eines Tages Nationalspielerin werden wird. Zum Ende unserer Geschichte geht es noch einmal in die Wüste, wo wir aus heiterem Himmel auf eine Kamelherde stoßen. Ein kleines Klischee muss erlaubt sein. Und außerdem soll man im Leben alles mal ausprobiert haben. Monika Stab geht die Aufgabe in Saudi-Arabien mit der ihr eigenen Risikobereitschaft und Zuversicht an. Es geht darum, was man mit seinem Leben anfängt. Stab hat sich entschieden, für den Fußball zu leben und, wie gesagt, für die Frauen, die ihn spielen wollen. Ich habe gesagt, ich gehe erst von Saudi-Arabien wieder weg, wenn die im Stadion 30.000, 40.000 Zuschauer haben, die ein Frauenfußballspiel anschauen wollen, also die Nationalmannschaft. Das war schon jetzt ein ganz großes Versprechen oder wie sagt man so schön im englischen Commitment. Mal schauen, wenn wir das erreichen, vielleicht früher, dann kann ich in Rente gehen. Dann habe ich auch, glaube ich, viel gemacht in meinem Leben, was schön war. Und dann auch mal ein bisschen mehr Zeit für sich und natürlich für seine Freunde zu haben. Das allerdings, in Rente gehen und die Stille genießen, können wir uns bei dieser 62-jährigen Powerfrau irgendwie nicht vorstellen. Das allerdings, in Rente gehen und die Stille genießen, können wir uns bei dieser Stille genießen, können wir uns bei dieser Stille genießen, Bible-Rente gehen und die Stille genießen. .